Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker und wir starten gleich mal wieder mit einem Level, das mir unbekannt ist und dessen Auto mir auch unbekannt bleiben wird Okay Okay Das war wohl falsch Wird ja immer besser hier So muss ich das jetzt mitnehmen Ich weiß nicht Wohl eher nicht Ein sehr verwirrendes Level Aber okay, geben das seine Was haben wir noch so im Angebot? Cave Escape von Bismuth Dann entkommen wir mal da Ja Ja Das lustig Ein Pinz Gehen wir da oben rein? Warum nicht? Oh Kurz mal abgestürzt Na Alles gut Ach, da oben rein Okay Oh Okay Aber kein Problem Das kriegen wir nochmal bis dahin hin Nur diesmal ohne Pilz Nur diesmal ohne Pilz Aber wir kriegen ja gleich wieder einen Hier nämlich Hier nämlich So weit so gut noch geht's Oh Das war jetzt wieder ein bisschen Dumm Aber Das war knapp So So Da rein Läuft gerade ganz gut Also eigentlich relativ machbar gerade Oh Okay Oh Damit hab ich jetzt nicht gerechnet Aber wir haben es eh geschafft So Weiter geht's Wo sind wir jetzt? Wir kriegen auf jeden Fall mal kein Pilz Auch hier nicht? Nö Schade Immer noch keiner Ja Natürlich Okay Wenn man mal weiß, was man zu tun hat Dann geht das Das war so dumm Kriegen wir besser hin Ich frag mich gerade, ob wir hier landen müssen Oh ja Haben wir auch geschafft Mario Nummer 1 Sehr schön Machen wir doch gleich weiter Und zwar mit SMB3 Arena Und zwar mit SMB3 Arena von Ryan Ach nee Ach nee Müssen wir jetzt Ach wir müssen Okay So So Okay Was kommt hier raus? Verstehe Verstehe den Sinn der Arena Ah So So Kommt er jetzt nochmal runter Wie kann ich denn das beeinflussen? Ich kann das gar nicht beeinflussen, oder? Wir müssen jetzt hier das Rohr freimachen. Alter, ist das fies. Also, das ist echt gemein. So, komm hier rüber. Jetzt brauchen wir das aber nochmal. Alter, das kann Stunden gehen. Okay, wir werden hier noch ein Weilchen säuben. Komm, mach hier auf. Mehr will ich nicht. Das war wieder eins zu wenig. Ich weiß nicht, ob eins reicht. Doch, eins reicht. Oh, Gott sei Dank. Haben wir auch. Machen wir mal weiter. Return to Pipeland von Blue Slime. Wahrscheinlich ganz viele Rohren. Rohren vor allem. Röhren meine ich natürlich. Ist da was drin? Ein Pilz. Ein Pilzchen. Müssen wir hier was holen? Nö, aber hier gibt es eine Blume für uns. So, wo kamen wir her? Da, oder? Und so, und jetzt? Hier rein, schätze ich mal. Ach, scheiße, auf die Blume. Oh, da ist ein Kettenhund. Oh, natürlich direkt rein. Aha. Zu weit, zu gut. Wir hätten auch weiter gekonnt. Naja, egal. Oh. Jetzt glaube ich egal, in welche das so reingehen, oder? Ach nee, nicht Monty's. Ich hasse die Dinger. Früher konnte man, glaube ich, sogar... Ja, doch, ich glaube, früher konnte man auf denen reiten. Okay. Geschafft, ohne zu sterben. Könnte ich nochmal so einen Pilz oder was haben? Hm, da müssen wir jetzt kurz warten. So. Okay. Ziel. Mehr wollte ich gar nicht. Das war mal ein schönes Level. Da war Abwechslung drin. Mir ist sehr gut gefallen. So, beenden. Denn wir brauchen das nächste. In the Dark von James. Also wird's wohl ziemlich dunkel. Boing, boing und boing. Und wir kriegen natürlich keinen Pilz. Und auch hier. Ich hätte springen sollen. Auf halbem Wege überlegen ist doof. Nein. Okay, war aber auch doof. Aber, kein Problem. Wir kriegen das hin. Erstmal ein Pilz für mich. Da hat er gedacht, er kann trollen. Aber, das haben wir auch geschafft. Tja, James. War nicht dunkel genug. Aber dennoch danke für das Level. Freut mich, wenn wir mal keine Automatik-Level haben. Let's Play von Death. Dann let's playen wir das doch im Let's Play. Halt. Ich entscheide, wenn ich hier springe. Oh, das ist fies. Das ist richtig fies. Ich gebe mir gar nicht die Mühe, wisst ihr. Easy. Bleiben einfach stehen. Jetzt habe ich dann ein Automatik-Level, ich konnte ja meine Klappe nicht halten. Es geht weiter. Und wir sind fertig. Ich werde nie wieder sagen, ich bin froh, dass es keine Automatik-Level gibt. Wir haben es, let's play Death. So, Wall Jump von Justin. Mal gucken, ob das besser wird. Ich denke mal nicht, dass das automatisch ist. Pilz. Ach komm. Ich bin aber auch gerade schlecht. Oh. Hier rum. Ich dachte gerade schon, ich habe das System ausgetrickst. Aber das System hat mich ausgetrickst. Alter Haar. Ich bin gerade echt zu schlecht. Aber jetzt, komm schon. Hier hin, hier hin, hier hin. Diesmal nehmen wir den Pilz mit. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. So, nochmal. ganz ehrlich ist egal wir müssen bloß jetzt aufpassen der kommt nämlich zurück ich bin mir gerade nicht sicher ob es nicht einfach besser ist wenn wir das ganz normal gemacht hätten egal auf jeden Fall geschafft so das war es leider auch schon für die heutige Folge ich hoffe ihr hattet Spaß falls ja schaltet morgen wieder ein bis dahin haut rein bis dahin bis dahin